so wir haben hier die Katan D-Böller aus dem aktuellen Jahr 2020 natürlich und schauen wir uns die Teile mal an ob sie wirklich so ranzig sind ich muss sagen sie sind relativ laut ich würde sagen von der Lautstärke her ein sehr guter D-Böller wir machen wir noch zwei stück so wie gesagt aktuell 2020 also ich würde sagen sie sind relativ gut man kann sie kaufen aber nicht für den extremen Preis da reichen auch normale D-Böller das muss man dazu sagen so wir machen jetzt hier die Katan Superböller 2 aus dem Jahr 2020 also schauen wir uns die mal an das war jetzt eher so ein D-Böller der war schon ein bisschen lauter also sehr schlecht also ich finde die Super jetzt richtig schlecht wo kommt denn jetzt der Wind her Mensch Leute das war ein schöner Kleiber richtig schön Profi macht zum Glück guck mal wo der hinrollt das war der Schlussknall ja Freunde also für mich auf jeden Fall Daumen nach unten sowas für den Preis anzubieten einfach nur eine Frechheit aber wir wussten ja dass sie schlecht sind also Freunde macht's gut das war 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017